Mein Name ist Emmanuelle, von dem Team Emanuel Petro. Emmanuelle, stellst du dich gegen Alisson und Bruno. Kannst du dir eine kurze Erklärung, warum du das Spiel hast? Sie haben sehr gut gespielt in der Bronze-Metal. Ich glaube, ich habe viele Fehler gemacht. Aber ich glaube, die Welttour ist eine sehr lange Weg zu gehen. Wir haben mehr als sieben Schritte vor. Und ich bin bereit, um wieder in Norwegen zu sein. Wie haben sie den Druck auf dich? Entschuldigung? Wie haben sie den Druck auf dich? Sie haben sehr gut gemacht. Unsere Frustration war für die Semifinals. Ich glaube, wir haben so hart in der Früh, wenn sie nicht auf die Finale kommen können. Das macht uns ein bisschen entschuldigt für dieses Spiel. Aber Beach Volleyball ist einfach so. Jeder Spiel ist eine andere Geschichte. Und heute haben sie sehr gut gewonnen. Aber wie war es für dich, zu spielen mit deinem Ex-Partner? Es ist normal, weil ich denke, bei Beach Volleyball, man hat immer die Team verändert. Und ich denke, ich glaube, heute habe ich nicht die Kraft, wie ich in Berlin hatte. Ich denke, er spielt gut. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. In der Mitte der Stadt. Du magst die Location? Kannst du etwas sagen? Ja, ich denke, das ist eine der besten Locationen. Der Sand ist sehr tief. Ich denke, wie wir in den Olympischen Spielen spielen. Ich denke, das ist ein schönes Ort. Ich denke, das ist die Hauptstation hier. Ich denke, dass alle Leute passen und sehen einige Volleyball. Okay, Emanuel. Vielen Dank für die Interview. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.